Willkommen zum nächsten Schreien auf meinem Kanal und zwar im letzten Video habe ich hier den Turm freigeschalten und bin ja dann mit dem Turm hochgeschossen worden und habe diese Kugel gesehen wenn man lang genug wartet hat die ein Loch, ein ziemlich großes Loch, halt oben in den Wolken die Kugel dreht sich normal, ich habe den Ventilator hier jetzt abgeschalten normal dreht sich die die ganze Zeit und da ist ein Schreien drin ich schätze ihn gern wieder an der Seite und jetzt bleibt stehen ja das ist optimal und den Schreien um den geht es halt jetzt halt in dieser Kugel und was ist es? okay boah das ist ja riesig ja das wird mal richtig interessant Skateboard oder was? komm das her vor allem wie schnell ist das Ding auf einmal losgeschossen da ist ein Motor so ein Ventilator da drüben muss ich ankommen hm so ich nehme mir hier das geht als erstes hier drauf Nehme ich mit den hier. Sie natürlich versuchen, irgendwie da rüber zu kriegen. Jo. Oder der kommt ja dann auch rüber. Oh, was ne Leiter. Oh, Mann. Oh, Mann. Da ist nun mit den hier. Stell den da drauf. Jetzt fliegt der da rüber. Den krieg ich natürlich nicht mehr. Garbage auf 9. So, jetzt nehm ich mir den hier. Und bau den oben drauf. Und lass den da runter fahren. Jetzt fliegt der da rüber. Jetzt stelle ich mir den da hin. So, schön gerade. Ja. Mach den Motor fest. Ja, wird schon schief gehen, oder? Und dann mal los. Ja. Müsste ein bisschen höher, glaub ich. Ja. Der stürzt jetzt ab. Und somit hat man auch den Stein geschafft. Jawohl. Gibt's wieder einen mehr. Ja, das war's dann auch. Mit dem Video. Könnt mir gerne ein Abo da lassen oder ein Like. Und bis zum nächsten Mal.